Grüße euch. Was ist das denn hier? Das ist ein Robotik-Baukasten, mit dem Kinder ab etwa 5, 6 Jahren eigene Roboter bauen können. Das ist ein modulares System. Das sind alles einzelne Module, die eine ganz bestimmte Bewegungsform ausführen. Also ein Gelenkmodul, ein Drehmodul, ein Motormodul, wo man Achsen und Räder mit antreiben kann, um Autos zu bauen oder sowas. Toll. Oder auch ein Greifmodul. Sieht aber wirklich relativ simpel aus. Ja, ist auch super intuitiv zu benutzen. Also die ganze ist immer so, 45 Grad verdreht sind sie lose, die Module, und 95 Grad sind sie fest quasi. Okay. Das Kernelement ist der rote Würfel, nennen wir Powerbrain, weil es wirklich Herz und Gehirn des Baukastens ist. Also es ist ein Akku drin und die Elektroniksteuerung. Und sobald ich an einem Powerbrain irgendein Bewegungsmodul anbringe, anschalte und auf Play drücke, fängt das schon mal an sich zu bewegen. Das Gernelement ist der Rote Würfel.